Guten Abend, Baumann, Lehrer in Berlin. Was passiert hier? Ganz ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht, aber ich fand das Licht hier so cool und ich dachte, ich starte einfach mal das Video an und mache mal ein bisschen in-of-Hallo und sage, dass es mir gut geht und dass es eigentlich allen Leuten hier im Moment in der Stadt sehr, sehr gut geht. Dass überall Partys veranstaltet werden. Gestern war sogar eine gegenüber dem Kanzleramt, wenn Angie da gewesen wäre. Die hätte bestimmt gesagt, vergesst nicht, dass die Pandemie noch nicht zu Ende ist. Aber die sollen das Ding mal endlich beenden. Wir haben keinen Bock mehr. Null. Das ist jetzt eine Entscheidung des Souveräns, sage ich mal. Die verkünde ich jetzt hier einfach nur. Und sie hat ja zu machen, was wir entscheiden. Also Angie, Pandemie endet jetzt, okay? Mach mal. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.